Es wirkt wie Kokain, es macht sehr wach, sehr selbstbewusst und vor allem sehr kaputt. Wenn Menschen denken, dass du stirbst, hören sie dir richtig zu, anstatt nur drauf zu warten, dass sie dran sind mit Regen. Nein. Das war's. Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Wir sind heute für die Unterhaltung zuständig. Sie erinnern mich an meinen Vater. Ich hab ihn gehasst, meinen Vater. Und ich dachte, meinen Witze wäre schlichter. Ich hab ihn gehasst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020